Weiter geht's bei Mario Kart Deluxe mit dem Glocken Cup und wir beginnen bei 3DS Kuppe Großstadt Fieber Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich liebe die Strecke, sowohl auf dem Gleiters als auch hier Und es beginnt richtig gut, muss man sagen Es läuft und wie es läuft Ihr wisst schon was ich meine Wollen wir die letzte Runde starten? Danach kommt ja schließlich noch eine coole Strecke Auf die ich mich freue Und mein Abstand ist gerade so groß, dass ich kaum glauben kann Und jetzt in der letzten Runde passiert ist noch, dass ich runterfalle Super! Sehr schön! Gute Strecke Und mal sehen Jetzt gucken wir mal, was die GBA Partystraße so sagt Das war die GBA Mystery Gäste Strecke Wow, ganz schön wackelig das Ganze. Und rüber da. So gut, aber was soll man jetzt machen? Es ist richtig geil. Vor allem diese Gravity-Section hier. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Demba-Advance. Das war ja nicht so mit dem Hintergrund. In der Strecke war jetzt schließlich Wasser. Und ja. Sag mal, habe ich dich gerade bestellt oder was ist das los? Und dann auch noch Blitz. Genau. Und besser als in der letzten Runde. Tolle Wurst. Das läuft ja super bis jetzt. Okay, nächste Strecke. Das müsste jetzt die Metro sein. Genau. Genau. Gleich mal voll gegen die Wand. Alter. Das ist ja voll die Katastrophe. Da fahr ich aber auch jedes Mal gehen. Aber gut, das ist ja auch gespiegelt. Aber gut, das ist ja auch gespiegelt. Alter. Scheiß Buh. Scheiß Buh. Und da. oh man das war richtig knapp letzte strecke für den spiegel big blue Oh, 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 oh. Ich liebe die Strecke, die ist einfach so geil. Sie ist einfach nur perfekt für das ganze zornige Tier. Wuhu! Wauuul! Geile Strecke einfach mal. Ich hab's verliebt, die letzte Strecke zu sein. Was ist so ein Geier? Es ist halt mal nur wunderbarlich. Okay, das war's wieder für diesen Part. Im nächsten Part gibt's da schon 200er. Bis dennne. Ciao. 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 Ciao.